du kannst gar nicht mehr schlafen vor lauter leselust was mit dem koran im koran steht nicht drin wie kriegst du 10.000 euro diese morgen wieder ausgegeben hast steuer und hin und her und red bull gekauft an der tankstelle schon ist das geld wieder weg nichts davon gekauft sondern hier hast du das ewige leben das wird beschrieben wie bekommst du das ewige leben und übrigens brüder während dem vortrag geht man nicht mit spendenboxen durch das lenkt die leute ab weil ich wundere mich die ganze war ist hier für eine unruhe reingekommen muss man doch einmal gucken so und wenn wir jetzt genauso ist es beispielsweise mit einem fußballer man liebt ihn wegen bestimmten eigenschaften wir sehen das doch um uns herum bestimmte stars werden wegen bestimmten eigenschaften geliebt der eine ist ein guter fußballer der eine ist guter boxer der kann die leute umhauen ja findet man cool der eine ist guter sänger der eine oder die andere sieht gut aus diese leute werden von millionen von menschen verehrt und geliebt aber sie sind nichts gegen den allen menschen gott aber man was ich damit sagen will ist man liegt sie wegen ihren eigenschaften deswegen schau doch einfach mal im koran wie die eigenschaften von gott sind womit fangen wir an mit dem gewaltigsten vers im koran suche 2 vers 255 allah es gibt keinen gott neben ihm der ewig lebendige das heißt der war niemals tot und wird niemals sterben der aus sich selbst bestehende ihn überkommt weder schlummer noch schlaf jeden anderen den du kennst wird müde aber allah wird niemals müde weil er allmächtig ist weil er die kraft hat ihm gehört was im himmel ist und was auf erden ist alles auch du bist besitzt von gott guck mal wie viele leute werden verehrt weil sie vielleicht viel geld haben aber super was der für ein auto hat wird verehrt der hat auf einmal anhänger ja brauchst du auf youtube seine einige freaks rein zu ziehen wer kann bei ihm für sprache einlehnen ohne seine erlaubnis sein fußschemel übertrumpft umfasst himmel und erden das ganze universum und noch mehr was wir gar nicht kennen größer als dies und dann sagt und ihm macht es keine schwierigkeit diese beiden himmel und erden das universum zu erhalten wenn er eine sekunde das himmel und erde nicht erhalten würde werden wir alle verloren guck mal alleine dieser vers guck mal alleine diese eigenschaft so 113 sprich er allah ist einzigartig der ewig unabhängige von dem alles abhängig ist er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und niemand ist ihm gleich beispielsweise oder suche 59 vers 22 23 24 allah es gibt kein gott neben mir der wissende des offenbaren und des verborgenen von allem er ist allah und dem es kein gott gibt der herrscher der heilige der friedenbringer der mu'minu der der sicherheit gewährt der wächter der über alles wacht der allmächtige der gewaltinhaber der stolze gepriesen sei über allah über das was ihm zugesellen guck dir diese verse an guck dir an was allah im koran sagt haben sie nicht gesehen wissen sie nicht dass allah derjenige ist der himmel und erde erschaffen hat und nicht müde darauf durchgeworden ist wissen sie nicht dass er die macht dazu hat die toten lebendig zu machen er hat macht über alle dinge er hat wahrlich macht über alle dinge schau dir diese beschreibungen an so kommen wir bis das ist nur seine eigenschaft dann gibt es verschiedene andere eigenschaften allah sagt in einem heiligen hadith damit sind sowohl männer als von gemeint solange du mich anrufst und mich bittest werde ich dir das vergeben was von dir ist und werde es nicht beachten wenn deine sünden bis zum himmel gehen und du mich dann um vergebung bittest ich werde dir vergeben oh sohn adams wenn du zu mir kommst mit so viel sünden wie die ganze erde dann triffst du mich und du hast keinen schirk begangen dann werde ich dir mit genauso viel vergebung entgegen kommen deswegen was gott von uns verlangt hat um das paradies zu bekommen ist bete nur ihn alleine an und da frage ich jeden nicht muslim und auch muslim wenn du an einen gott glaubst der ewige ist unabhängig ist warum sagen wir nicht ja das ist der den wir alleine anbeten nicht jesus nicht muhammad nicht den stein nicht ein bein nicht ein berg nicht ein kreuz sondern nur gott alleine und das ist einfach das ist da haben wir die ersten teile der shahira schon gesagt das dazu und Allah sagt noch was sagt er noch und das soll wirklich jeder soll sich das heute hier merken der hier sitzt wir haben hier sicherlich heute viele Leute die vielleicht schlechte Sachen gemacht haben wir haben vielleicht Muslime hier die weit weg sind vom Weg die vielleicht Unzucht begangen haben nicht beten aber du sollst wissen wenn du heute hier raus gehst hier aus dieser Tür da vorne und du nimmst dir vor heute werde ich mich ändern heute werde ich ein anderer Mensch werden dann freut sich Allah über dich mehr als jemand der in der Wüste ist und sein Reittier ist verloren gegangen mit all seinem Proviant und er ist bereit zu sterben er denkt er stirbt jetzt und dann kurz bevor er stirbt findet er sein Reittier wieder Allah freut sich mehr darüber deswegen soll hier heute keiner rausgehen ohne seht ihr hier haben wir eine Eigenschaft von Allah gelernt heute die uns vielleicht hilft auf den richtigen Weg zu kommen Subhanallah wir müssen Allah kennenlernen es gibt leider einige Leute die wirklich Gott nicht kennenlernen ich habe einmal eine Theologin gehört oder eine Theologin die hat gesagt nachdem das Tsunami Unglück war wisst ihr was die gesagt hat diese diese Flut sie hat gesagt ja warte Gott der soll mal abwarten wenn ich den am jüngsten Tag treffe der muss ich warm anziehen Theologin da sagen wir nur du hast Gott niemals kennengelernt du hast Gott niemals kennengelernt da kommen wir gleich noch zu einem anderen Thema der Dajjal der wird am jüngsten Tag der wird kurz vor dem jüngsten Tag kommen der wird ein Paradieskarten bei sich haben ein riesen Zeichen wird er bringen Leute in zwei schneiden wieder zusammen bringen der ist tot wieder zum Leben erwecken aber der ist ein Verfluchter ein Satan aber viele Menschen werden ihn dann anbeten weil sie sehen Eigenschaften aber er hat ein Auge wie eine aufgeblasene Weintraube und die Gläubigen werden wissen dass der Allmächte Gott niemals so aussieht hässlich ist sondern sie werden wissen dass der Allmächte Gott über unserer Vorstellungskraft ist im positiven Sinne das zum ersten Teil das war die erste Eigenschaft Allah kennenlernen wir fassen zusammen jeder sollte sich vornehmen den Koran zu lesen zweite Sache zweite Sache ist darüber nachzudenken was der Allmächtige Gott uns alles im Diesseits gegeben hat schaut euch an was wir alles haben wirklich mal ganz banale Sachen unsere Haut unsere Gesundheit unsere Augen unsere Ohren unser Hören unser Sehen und so weiter wenn eine kleine Sache aussieht du hast nur den kleinen Finger gebrochen schon hast du Probleme ich gebe euch mal ein ganz banales und witziges Beispiel ich habe damals in Mekka studiert und ich habe im Studentenwohnheim gewohnt wir hatten dort eine Toilette gehabt da waren so viele Kakerlaken in dieser Toilette und wir haben die Toilette bestimmt mit 50 Mann haben wir eine Toilette geteilt du kannst dir vorstellen jedes Mal wenn du auf Toilette bist kommt irgendjemand und ist an der Tür am Klopfen boah du willst kurz deine Ruhe haben bumm ist schon wieder einer der Tür am Klopfen hey warte doch mal wirklich ich habe mir nachher so gewünscht ja guck mal eine Toilette ich habe mich nachher bin ich umgezogen da hatte ich eine Toilette für mich alleine ich habe mich so über die Toilette gefreut da ich endlich meine Ruhe da ich endlich meine Ruhe habe und eine eigene Toilette wo ich nicht Angst habe muss da draußen wieder jemand steht und sagt komm raus hier ich will auch auf Toilette das sind so kleine Beispiele das sind so kleine Sachen aber glaub mir das was wir von Gott bekommen haben da kannst du Tag ein und Tag aus beten Tag ein und Tag aus beten du kannst es ihm nicht zurückgeben kannst du nicht und deswegen auch die Krankheit hätten wir die Gesundheit erkannt wenn es die Krankheit nicht gäbe das ist eine Weisheit subhanallah vom allmächtigen Gott das ist eine Weisheit vom allmächtigen Gott hätten wir das erkannt nein wir hätten es nicht erkannt und deswegen müssen wir dankbar sein alles was er uns gegeben hat aber schau dir an wie dankbar wir sind wenn wir beispielsweise einen Arbeitgeber haben ich sage ja der Arbeitgeber da macht man alles für gerade jetzt in der Krisensituation wenn man eine Arbeit gefunden hat oh da ist man so dankbar über diese Arbeitsstelle und so weiter und so fort oder wenn einer irgendwie wenn man einen findet der einem immer etwas gibt und einem hilft und so weiter dann ist er dankbar aber Allah hat diesen Menschen erschaffen und bestimmt dass er dir helfen kann aber wo ist die Dankbarkeit gegenüber Allah wo ist die Gehorsam gegenüber Allah stell dir mal vor stell dir mal vor der Arbeitgeber der würde jetzt sagen ich will ich hätte gerne dass alle Frauen bei mir auf der Arbeit Kopftuch tragen da würde jede Frau sofort das Kopftuch tragen die würde sogar das Gesichtsschleier tragen auf der Arbeit wenn der sagen würde ja sie müssen bei uns auf der Arbeit Gesichtsschleier tragen würde ich sagen okay kein Problem ich kriege doch von dem hier kriege ich doch 1000 Euro im Monat dann muss ich das anziehen hier der allmächtige Gott hat dir alles gegeben hat dir alles gegeben hier ist das Bewusstsein kennst du Allah wirklich dann sag dir heute ab heute lebe ich nur noch für Allah und alles das er mir befiehlt werde ich durchsetzen und mache und hebe deine Hände zum Himmel und sage Allah helfe mir diese Taten zu verrichten helfe mir dir und gehorsam zu sein denn du hast mir alles gegeben helfe mir dir gegenüber dankbar zu sein dann geht es weiter ja das waren jetzt die dieszeitigen Dinge sagen wir mal die nichtreligiösen Dinge die wir von Gott bekommen haben dass er uns Gesundheit gegeben hat und so weiter und so fort wofür wir ihn auch lieben jetzt kommen andere Dinge jetzt kommt die Religion die größte Gabe die Gott uns gegeben hat ganz klar er sagt in Suche 5 Vers 7 heute habe ich eure Religion für euch vervollkommet und meine Gnadengaben an euch vollendet vervollständigt das heißt der Islam und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden als ich jetzt über diese ganze Situation nachgedacht habe mit der Toilette und so weiter da habe ich darüber nachgedacht über mein Zimmer in Saudi-Arabien wo ich gelebt habe und da hatte ich einen Zimmerkameraden aus Katar und da kann ich mich erinnern wir haben uns damals unterhalten da haben wir gesagt stell dir mal vor und das kann natürlich nur derjenige sagen der Islam wirklich kennengelernt hat nicht derjenige der sich nur Muslim nennt er hat gesagt stell dir mal vor es gäbe kein Islam und da saß und ich dachte boah so